Also Rainer, zehn Fragen auch an dich. Du hast gehört, wie es funktioniert. Bist du genau so schlagfertig wie die Christina? Nein, aber ich versuche es. Alles klar, probieren wir es trotzdem. Rainer, dein Lieblingsfernsehsender? DVD-Kanal. Kenn ich nicht. Letztens ist mir etwas total Peinliches passiert. Mir hat ein Tau auf die Jacke geschissen. Das ist ganz gut. Nimm Stellung zu der Aussage, ich war noch nie betrunken oder habe geraucht. Das wäre eine Lüge. Eine Spinne ist in deinem Schlafzimmer. Was machst du? Wir wissen von deiner Freundin, was du machst. Sie nach draußen begleiten. Und jetzt ernsthaft? Wirklich. Türkei, Europa oder Asien? Halb-halb. Intellektuell. Cola oder Sprite? Wasser. Nenn drei Religionen, die du kennst. Nenn fünf. Schaffst du es? Buddhismus, Christentum, Judismus, Islam. Eine fehlt noch? Eine kriegst du noch, komm. Was fehlt noch? Weißt du es? Was hat er gesagt? Christentum, Islam? Judismus hat er gesagt. Hinduismus. Oh, der Rainer ist so schlau. Stopp. Ich rieche sehr. Gut. Kann ich nicht bestätigen. Auf der letzten coolen Party ist Folgendes passiert? Bin ich abgestürzt. Du hast ein langweiliges Date. Wie servierst du sie ab? Ich muss nach Hause. Rainer, danke für die Verantwortung. Wie gesagt, ich wünsche euch beiden noch viel Glück hier in Zeitungen Bosch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke.